In diesem Video geht es um das Thema Ableitungen. Dafür fassen wir zusammen, was im letzten Video ermittelt wurde. Der junge Unternehmer Michael hat eine Erlösfunktion mit nicht konstanter Steigung für die Produktion seiner Fenster gebildet. Diese lautet e von x ist gleich minus 0,5x² plus 500x und lässt sich folgendermaßen zeichnen. Wenn Michael nun die Steigung der Funktion in einem bestimmten Punkt ermitteln möchte, muss er die Steigung der anliegenden Tangente bestimmen. Hier setzt das Thema der Ableitungen ein. Die Methodik des Ableitens oder auch Differenzieren genannt, ist eine Möglichkeit, die Steigung eines Graphen in jedem Punkt zu bestimmen. Wie genau sich eine Ableitung herleitet, ist in unserem Video nicht von Bedeutung. Jedoch gibt es für das Bilden einer Ableitung einige Verfahren und Regeln, die zu beachten sind. Diese werden wir in diesem Video näher erläutern. Es stellt sich also die Frage, wie leitet man eigentlich ab? Man nehme eine einfache Potenzfunktion der Form f von x ist gleich x hoch 3. Es handelt sich hierbei um eine Kurve, die folgendermaßen aussieht. Allgemein lässt sich eine Funktion auch als f von x ist gleich x hoch k bezeichnen. Die Ableitung ergibt sich, indem die Potenz vor das x geschrieben wird und man sie danach minus 1 rechnet. Also ist die Ableitung genannt f' von x für die obere Funktion f' von x ist gleich k mal x hoch k minus 1. In unserem Beispiel sieht das folgendermaßen aus. Die 3 wandert vor das x und aus der Potenz wird eine 2, denn 3 minus 1 ergibt 2. Diese neue Funktion lautet dementsprechend 3x² und zeigt die Steigung der Funktion f von x zu jedem Wert, den x annehmen kann. Wenn wir die Steigung beispielsweise an dem Punkt x1 bestimmen wollen, ergibt die Ableitung einen Wert von 3. Im Graphen ist das die Steigung an genau dieser Stelle. Sie lässt sich auch zeichnen und sieht folgendermaßen aus. Schauen wir uns jetzt im Vergleich die ursprüngliche Kurve nochmal an. Es wird bestätigt, dass die Parabel zuerst eine negative Steigung hat. Im Ursprung des Koordinaten ist sie jedoch 0 und anschließend positiv. Kommen wir nun zu den einzelnen Ableitungsregeln. Die erste und einfachste Regel ist die Faktorregel. Hierfür verändern wir unsere Funktion in der Form, dass ein Faktor beispielsweise 3 vor dem x² steht. Sie lautet nun f von x ist gleich 3x². Wir haben also eine Funktion der Form f von x ist gleich k mal u von x. u von x bezeichnet eine eigenständige Funktion, in unserem Fall x². Die Faktorregel besagt nun, dass dieser konstante Faktor, der vor dem x steht, auch beim Ableiten erhalten bleibt. Unsere Ableitung sieht also folgendermaßen aus. f' von x ist gleich 3 mal 2x. Also 6x. Die nächste Regel ist die Summenregel. Sie besagt, dass jeder Summand innerhalb einer Summe unabhängig voneinander behandelt werden soll. Also wird von allen Summanden, die jeweils eine eigene Funktion sein können, die Ableitung gebildet. Lautet unsere Funktion nun f von x ist gleich 4x² plus 5x, werden die Summanden 4x² und 5x unabhängig voneinander abgeleitet. Durch die Anwendung der bereits bekannten Regeln ergibt sich die Ableitung f' von x ist gleich 8x plus 5. Diese Ableitungsregel lässt sich auch auf Michaels Erlösfunktionen anwenden. Wir haben hier zwei Summanden, die unabhängig voneinander abgeleitet werden. Man betrachte also minus 9,5x² und 500x als eigenständige Funktion und leite sie mittels der Faktorregel ab. Es ergibt sich als Ableitung e' von x ist gleich minus x plus 500. Weiter geht es nun mit einer etwas spannenderen Regel, der Produktregel. Wir haben wieder zwei eigenständige Funktionen, u von x und v von x. Nur dass dieses Mal diese multipliziert statt addiert werden. Wenn es sich wie hier um ein Produkt handelt, sieht die Ableitung folgendermaßen aus. Die Funktion teilt sich in zwei Summanden auf. Auf der einen Seite wird die erste Funktion abgeleitet und die zweite übernommen und im zweiten Schritt die erste übernommen und die zweite abgeleitet. Eine Schaffrierung heißt, dass für diese Funktion die Ableitung gebildet wird. Nehmen wir für diesen Fall an, dass Michaels Erlösfunktion die Form e von x ist gleich minus 9,5x² plus 500 mal 4x hat. Für die Lösung dieses Falls können wir die Produktregel anwenden. Dazu werden die Faktoren in Klammern minus 9,5x² plus 500 als u von x und 4x als v von x betrachtet. Wenn wir diese nun separat ableiten und in die Lösung der Produktregel einsetzen, ergibt sich folgendes. Minus x ist die Ableitung des ersten und 4 die Ableitung des zweiten Faktors. Wenn diese Funktion dann noch vereinfacht wird, ergibt sich die Ableitung e' von x ist gleich minus 4x² minus 2x² plus 2000 beziehungsweise minus 6x² plus 2000. Die Quotientenregel ist von der Anwendung ähnlich der Produktregel. Wir haben wieder zwei Funktionen, die in diesem Fall dividiert werden. Es liegt also eine Funktion der Form f von x ist gleich u von x geteilt durch v von x vor. Die Ableitung der Funktion sieht dann folgendermaßen aus. Ähnlich der Produktregel wird die Ableitung von u von x mit v von x multipliziert. Anschließend wird jedoch das Produkt aus u von x und v' von x subtrahiert. Schlussendlich wird noch einmal durch das Quadrat von v von x geteilt. Nehmen wir nochmal unser Beispiel auf. Michaels Erlösfunktion lautet nun e von x ist gleich minus 0,5x² plus 500 geteilt durch 10x. Wir haben also zwei Funktionen, die zusammen einen Bruch bilden. Wir legen fest, u von x ist minus 0,5x² plus 500 und v von x entspricht 10x. Nachdem die einzelnen Ableitungen gebildet wurden, kann alles eingesetzt werden. Es ergibt sich folgende Ableitung der Erlösfunktion. Dies kann man auch vereinfachen und ergibt dann folgende Funktion. Bei der Kettenregel handelt es sich um eine Funktion, die wieder zwei Funktionen beinhaltet. In diesem Fall ist es nur so, dass die erste Funktion, also u von x, die Funktion v von x umschließt. Formell ausgedrückt ergibt das f von x ist gleich u von v von x. Die Ableitung lautet f' von x ist gleich u' von v von x mal v' von x. Im Fall der Kettenregel wird zuerst die äußere Funktion abgeleitet und anschließend mit der Ableitung der inneren multipliziert. Wichtig ist, dass die innere beim Ableiten der äußeren erhalten bleibt. Bilden wir auch hierfür nochmal ein Beispiel. Wir nehmen die Funktion f von x ist gleich in Klammern 5x² plus 13x insgesamt zum Quadrat. Übertragen ergibt das u von v ist gleich v² und v von x ist gleich 5x² plus 13x. Einzeln ergibt das folgende Ableitungen für die Funktion. Mithilfe dieser Ergebnisse wird nun die Ableitung der Funktion f von x ermittelt. Sie lautet f' von x ist gleich 2 mal Klammer auf 5x² plus 13 Klammer zu mal Klammer auf 10x plus 13 Klammer zu. Ausmultipliziert ergibt das dann f' von x ist gleich 100x³ plus 390x² plus 338x. Es gibt ein paar Besonderheiten in Bezug auf Ableitungen. Wir werden in diesem Video zwei von ihnen kurz behandeln. Bei ihnen handelt es sich um die E-Funktion und um die Logarithmusfunktion. Die E-Funktion ist eine Funktion, die nach dem Ableiten immer gleich bleibt. Sie hat die Form f von x ist gleich e hoch x. e ist in diesem Fall die Euler'sche Zahl. Sie ist eine Konstante und besitzt ungefähr den Wert 2,718. Im Koordinatensystem sieht der Graph folgendermaßen aus. Es gilt die Ableitung f' von x ist gleich e hoch x. Demnach ist der Graph der Ableitung identisch mit dem der eigentlichen Funktion. Die Logarithmusfunktion ist die Umkehrfunktion zur e-Funktion. Der natürliche Logarithmus, der auch ln genannt wird, hat die Funktion f von x ist gleich ln von x. Gezeichnet sieht die Funktion so aus. Wenn wir von dieser Funktion die Ableitung benötigen, bedienen wir uns der Form f' von x ist gleich 1 geteilt durch x. Der Graph von 1 geteilt durch x sieht folgendermaßen aus. All diese Ableitungsregeln und besonderen Formen der Ableitungen werden in den folgenden Videos eine große Rolle spielen und betriebliche Anwendung finden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.